Es gibt eine brandneue Nachricht. Ich bin Larry Depp, wie Gaperman. Das war nicht die brandneue Nachricht. Es geht um den Musical-Fluch, der noch auf uns liegt. Richtig. Hört euch an, was die Menschen sahen. Wie Captain Man schnell wegrennt. Was ist dran? Sagt uns spontan, wie es war. Wir fuhren gerade zu unserer Schicht in den Park. Der Captain schien getroffen tief bis ins Mark. Wir fuhren näher ran. Wer hatte einen Plan? Er hat die Stadtgrenze verlassen. Wuhu, bravo. Larry, Debbie, Gaperman, was geht denn 12 Uhr ab? Frankini hat die Stadt verflucht und Captain Man macht schlapp. Das klingt echt mies.